No place I'd ever be Yo, hallo und willkommen zurück zu Road to MLG Kit Ja, wir beginnen heute mit einer Link Coins von 22.921 Ich wollte 1.9 sagen Wir haben ja gestern der Coins und ich das MLG auf ein neues Level gebracht Nein Spaß, aber es hat richtig richtig Spaß gemacht das aufzunehmen, zu produzieren Ich habe die ganze Nacht dran geschnitten, gut dass ich heute schulfrei hatte Ich hab glaube ich bis um halb 5 oder 5 war ich damit mit dem Schneiden fertig Dann kam mir noch das Thumbnail und alles Aber das war es wert, ich finde das Video ist einfach der Wahnsinn Es ist mir super gelungen, das soll jetzt nicht irgendwie abgehoben oder eingebildet klingen Sondern einfach geil Apropos Coins, ich habe ganz bewusst jetzt auch den Coins angesprochen Mit dem habe ich ein neues Format geplant Wir haben jetzt die Sachen so durchgesprochen Wir haben jetzt die Sachen so durchgesprochen Die ganzen Ja, alles wie wir es produzieren wollen Alles klar, ok Na, euch hat mir auch immer gefallen Shit Ok, dann sehen wir uns zur nächsten Runde So, da sind wir wieder in der nächsten Runde Also wir haben ein Format geplant, das es so auf Youtube noch nicht gibt Oder noch nie gab Ja, das kann man kaum glauben Aber es ist sogar so So, wir haben extra nochmal nachgeguckt Wir haben es noch nie bei irgendeinem Youtube-Ballie-Format gesehen Ich werde jetzt auch nicht weiter ausschweifen Einfach nur Danke, dass ihr euch das so gefeiert habt Das Video Allein wenn euch das so Spaß macht Unsere Video zu Gucken Macht es mir noch mehr Spaß Dieses Video zu produzieren Glaub das jetzt hin, was ich gesagt habe Aber ich wollte in der Hose machen Ich bin zu blöd Ja, und Ich brauche, wie man sieht, gar kein MLG-Kit, um zu MLG'n Aber Kommt da jemand, der kommt zu mir, ok Aber ich werde das auch Trotzdem machen, weil ich will unbedingt das MLG-Kit haben Habe ich ein Wassereimer? Habe ich ein Wassereimer? Nein, habe ich nicht Fuck, ich werde sterben Jawoll, yes! Ich habe es überlebt Oh mein Gott Oh mein Gott Ich bin einfach der Pro, würde ich sagen Und dann werden wir auch diese ganzen Challenges, die es im Moment gibt Auch mal irgendwann mal bestimmt machen Auf jeden Fall Ihr könnt euch auf das Format freien Also wenn wir es so umgesetzt bekommen, wie wir uns das vorstellen Dann wird das Format richtig awesome Und der MLG Pro ist back in business Ach, da sind sie ja alle Nächster ist down Dann fahre ich doch noch schnell Dias, dass ich Voll Dias bin, bevor ich jetzt In die Mitte mich werfe Und wenn ein Typ dazu zerrbt Wie ist denn? Wie heißt der? Gigi Anderson Ok, ich dachte gerade er heißt Gigi Anderson Dann hätte ich mich aber Bieschel aufgeregt Ok, der kommt zu mir Oh fuck Da sind jetzt beide bei mir Ja Habe ich ihm gegeben Oh Gott, geil Okay Ich muss erst mal ein Jappel essen So was Bitte komm an 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 Fuck Scheiße Gummibärchen 31 Halt die Fresse 31er ey Fuck Aber wenn ich zusammen mit den anderen gekillt Das war dumm Ich habe zu lange überlegt Was mache ich jetzt So, da bin ich noch equipped Ich brauche mich aber zu dem rüber Ich brauche mich aber zu dem rüber Ach nicht Schieb hier vorauf Fertig Komm dann schon ziehen das jetzt Nein Oh ja Ich habe überlebt Oh fuck Wo bin ich? Oh shit Nein Nein Das habe ich getan Was war das für eine Scheiße Gigi Anderson Haben die gerade gebetimt? Oh Verdammt Das war stark Ich habe keine Blöcke mehr Ich habe keine Blöcke mehr Ich habe keine Blöcke mehr Oh das hat sich geräumt Ich habe keine Blöcke mehr Ich habe keine Blöcke mehr Oh das hat sich geräumt Ups So spät gedrückt Das Auch der MLG König kann mal Das MLG ihn verkacken Und da hat es wieder geklappt Da ist ja der Meister Und da kommt der Und da kommt der Oh nein Aber ich habe wenigstens gut Oh Da kommt der Ja Ja Baue dich nicht zu hoch Übertribe mal nicht Komm schon Komm schon Alter Der hat wahrscheinlich den Block gemerkt Geil 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 Und da sind wir in der nächsten Runde Gehen wir auf der selben Map Mal gucken ob es jetzt wieder so gut läuft Bestimmt Ich bin ja der MLG König Ich kann ja immer nur gewinnen Oh Abgehoben Schon wieder Ich sage das eindeutig zu oft Es gibt mehrere Sachen nicht eindeutig zu oft sage Diesmal werfe ich mich in die Mitte Da hat sich jemand in der Mitte vorbeigeworfen Wenn ich das richtig gesehen habe Ich fahre mich erstmal ein Stückchen hin glaube ich Dass ich auch safe ankomme Nein ich habe zu weit oder zu kurz geworfen Scheiße Dann musste ich jetzt irgendwie anders zurecht kommen Zack 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 Das TNT bringt mir jetzt auch nicht viel Ich hasse es mit Holz mich zu bauen Oh Da ist jemand gestorben Oder der ist einfach geliftet Dem seine Sachen gönne ich mir mal sogar Yes Jawoll Der Bogen setze ich mal schon hier hin So da ist er doch So mal gucken was er jetzt macht GG GG mein Freund Das war doch mal ein nicer Move Zack 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 Und da ist der Junge Wenn er sein Junge war Ich gehe mal ganz stark von aus Bam nochmal den Portions kann man ja immer gebrauchen So wo zeigte mir hin wo der nächste da drüben Keiner da ist keiner da ist keiner Keiner da ist keiner Es leben auch noch zwei andere Spiele Ich habe meine Maus verrissen Ich habe meine Maus Nein Das schaffst du jetzt nicht Die Handzhaft gemacht Ja guuuuut Scheiße So aber zum Schluss habe ich jetzt genau 1000 Coins gemacht 23921 2 3 4 5 5 5 6 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 12 10 11 10 15 15 15 16 15 16 16 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020